moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem zombie video möchte ich euch einen neuen xp glück zeigen und zwar könnt ihr damit eure runden ganz schnell pushen leute und euren battle pass leveln alles was ihr dafür braucht sind mindestens zwei c4 und ich würde euch empfehlen nimmt euch einfach schnell wiederbelebung mit damit ihr schneller regeneriert und kauft euch ein juggernaut so ganz wichtig leute schaltet den strom nicht an weil sobald ihr den strom anschaltet dann kommen hunde und die können euch töten so wenn ihr dann alles habt kommt ihr zum tunnel duckt euch und lauft hier gegen die wand so wenn ihr das gemacht habt dann seht ihr schon rechts von euch diesen riss an der wand und alles was ihr jetzt machen müsst leute ihr wirft euren c4 und nach dem werfen direkt spammt ihr diese aufheben taste dann sprengt ihr dieses c4 und hebt es gleichzeitig mit auf also habt ihr unendlich c4 und könnt ihr so lange drin bleiben wie ihr wollt also werfen direkt spammen so wie ihr seht habe ich mein c4 wieder bekommen und ich habe es gleichzeitig gesprengt das könnt ihr jetzt so lange machen wie ihr wollt wie ihr seht der megaton ist hinter mir leute und er kann mich auch nicht töten das war es dann auch schon mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für alle die noch kein abo bei mir können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal